Grundsätzlich sollte man die Kreditaufnahme vermeiden. Vor allem, wenn es sich um einen Konsumkredit handelt. Manchmal ist die Aufnahme eines Kredites aber nötig. Zum Beispiel, wenn du nicht genügend Rücklagen hast, aber ein Auto benötigst, um zur Arbeit zu kommen. Oder wenn du Liquidität für eine größere Ausgabe wahren musst. Als Selbstständiger kann auch eine Investition in das eigene Geschäft nötig sein, um weiter zu wachsen. Daneben gibt es natürlich noch weitere Gründe, die einen Kredit nötig machen. In diesem Video möchten wir dir 10 Fehler zeigen, die häufig beim Kreditantrag gemacht werden und die du vermeiden solltest. Wenn du hier alles richtig machst, kannst du nicht nur viel Geld sparen, sondern erhöhst auch die Kreditschance. Hallo und herzlich Willkommen bei Geldrat. Wenn Du neu hier bist, dann abonniere doch den Kanal und aktiviere die Glocke. So verpasst du kein Video mehr. Abonnieren ist selbstverständlich kostenlos. Bevor du einen Kredit aufnimmst, überlege gut, ob er wirklich nötig ist. Gerade für Dinge, die sofort nach dem Kauf an Wert verlieren, wie Autos oder Möbel, solltest du möglichst darauf verzichten. Auch ein Urlaubskredit ist keine gute Idee, auch wenn die Erinnerungen sicher bleiben. Wenn es nicht ohne ein Darlehen geht, dann beachte die folgenden Kreditfallen. Legen wir los mit den 10 Fehlern, die du vermeiden solltest. 1. Die Kreditsumme über- oder unterschätzen Plane genau, wie viel Geld du brauchst. Beim Autokauf ist das noch leicht. Schwieriger wird es z.B. bei Renovierungen, da die endgültigen Kosten erst nach Abschluss der Arbeiten feststehen. Ist die Kreditsumme zu hoch, dann zahlst du mehr Zinsen als nötig. Aber nicht nur eine zu hohe Kreditsumme ist ein Problem. Setzt du deinen Geldbedarf zu niedrig an, musst du unter Umständen später einen weiteren Kredit aufnehmen. Der ist dann, aber in vielen Fällen nicht nur schwerer zu erhalten, sondern auch mit höheren Zinsen verbunden, da deine Bonität durch den ersten Kredit bereits gesenkt wurde. Plane also so genau wie möglich und rechne auch einen finanziellen Spielraum mit ein. 2. Teure Kreditversicherungen abschließen Viele Banken versuchen dir eine Restschuldversicherung mit dem Kredit zu verkaufen. Die ist aber sehr teuer. Bei einem Kredit in Höhe von 10.000 Euro liegen die Kosten dafür zwischen etwa 800 und 1.300 Euro. Dein Kredit verteuert sich aber mit einer Restschuldversicherung nicht nur um diese 8-13%. Die Versicherungsprämie wird nämlich auf die Nettokreditsumme aufgeschlagen. Das heißt, dass du über die gesamte Laufzeit des Kredites sogar Zinsen dafür zahlst. Die Versicherungen sollen bei Arbeitslosigkeit, Todesfall oder Berufsunfähigkeit einspringen, haben aber in der Regel zahlreiche Ausschlüsse, sodass sie trotz der hohen Kosten oftmals nicht greifen. Zum Beispiel besteht eine Wartezeit von 6 Monaten bei Arbeitslosigkeit. Das bedeutet, wenn du in den ersten 6 Monaten nach Kreditaufnahme arbeitslos wirst, zahlt die Versicherung keinen Cent. Und auch wenn du länger als ein Jahr arbeitslos bist, kommt es in der Regel zu Problemen, da die Versicherung häufig nur 12 Monate lang bezahlt. Wenn du die Versicherung nicht abschließt, kannst du eine Menge Geld sparen. Und wenn du aktuell einen Kredit mit einer solchen Versicherung laufen hast, kann es sich je nach Restschuld und Laufzeit auch lohnen umzuschulden. 3. Kredit allein beantragen Das betrifft natürlich nicht jeden. Wenn du aber kannst, solltest du deinen Kredit mit einem zweiten Kreditnehmer beantragen. Das erhöht die Chance auf eine Kreditbewilligung und auf günstigere Zinsen, da das Ausfallrisiko für die Bank sinkt. Gerade für Ehepaare ist es sinnvoll, den Kredit gemeinsam zu beantragen, da sie ohnehin für die Schulden des jeweils anderen haften. Wichtig ist aber, dass der Kredit mit jemand anderem beantragt wird, der ebenfalls über ein ausreichendes und sicheres Einkommen verfügt. 4. Bei der Bankauswahl auf den Schaufensterzins achten Wenn du einen Kreditvergleich im Internet nutzt, ist dir vielleicht schon aufgefallen, dass bei jedem Kreditanbieter ein sehr günstiger Zins herausgestellt wird. Oftmals, kleiner darunter, steht dann der Bis-Zins, also der maximale Zinssatz, der tatsächlich bis zu 10-fach so hoch sein kann, wie der sogenannte Schaufensterzins. Die Zinsen werden bonitätsabhängig vergeben. Man erhält also ein persönliches Angebot und kann vorab nicht wissen, wo in der großen Spanne dieser liegt. Einen Hinweis kann das repräsentative Beispiel geben, das zeigt, zu welchen Konditionen zwei Drittel aller Kreditnehmer ihr Darlehen bei dieser Bank erhalten. Dabei ist oftmals nicht die Bank mit dem günstigsten Schaufensterzins auch die Bank mit den niedrigsten Zinsen. Am besten stellst du eine schufa-neutrale Anfrage bei mehreren Banken, so dass du die verschiedensten persönlichen Angebote vergleichen kannst. In der Beschreibung findest du einen Link, über den du mit einer Anfrage die Angebote von mehr als 20 Banken erhältst. 5. Mehrere kleine Kredite offen haben Die Schufa und andere Auskunftsteilen bewerten deine Zahlungsfähigkeit auch an der Anzahl der Gläubiger. Je mehr Banken Geld von dir bekommen, desto schlechter fällt dein Schufa-Score aus. Fasse mehrere Kredite durch eine Umschuldung zusammen. Je nachdem, wie alt die Kredite sind, sparst du eventuell auch noch an den Zinsen, da die Kreditsumme ja schon zum Teil abbezahlt wurde. Außerdem kannst du so die Laufzeit des neuen Kredites verkürzen. Beides, geringere Kreditsummen und kurze Laufzeiten, belohnen Banken mit niedrigeren Zinsen. In der Infobox und in der Beschreibung verlinken wir dir einmal unser Video mit Tipps zur Umschuldung. Schau es dir unbedingt an. 6. Zu lange Laufzeiten wählen Es ist verlockend, eine lange Laufzeit zu wählen, um damit die monatliche Kreditrate zu senken. Aus verschiedenen Gründen ist das problematisch. Zunächst erhöht das die Gesamtkosten des Kredites erheblich. Erstens, weil Banken für Kredite mit langen Laufzeiten generell höhere Zinssätze ansetzen, da das Ausfallrisiko steigt. Und zweitens, weil der Zinsanteil in der Kreditrate langsamer sehnt, der die Restschuld über einen längeren Zeitraum hoch bleibt. Darüber hinaus solltest du die geplante Nutzungsdauer der Anschaffung, die du mit dem Kredit finanzieren möchtest, beachten. Bevor es weitergeht, gefällt dir das Video? Dann lass doch gerne einen Like da. Wir würden uns sehr darüber freuen. 7. Die finanziellen Möglichkeiten überschätzen Bei den finanziellen Möglichkeiten spielt nicht nur das Einkommen eine wichtige Rolle. Auch deine Ausgaben sollten berücksichtigt werden. Mach auf jeden Fall eine genaue Haushaltsrechnung, stelle alle Einnahmen und Ausgaben gegenüber und plane eine Reserve für unvorhergesehene Kosten. Auf der Basis dieser Haushaltsrechnung legst du dann die maximale mögliche Rate fest. Auch wenn es die Gesamtkosten des Kredites erhöht, lege lieber eine längere Laufzeit fest, wenn die Kreditsumme für deine Maximalrate nicht ausreicht. 8. Unvollständige Unterlagen einreichen Mit einem Kreditantrag benötigen die Banken eine Vielzahl an Informationen und Unterlagen. Die Bonitätsprüfung ist gesetzlich vorgeschrieben, so dass du der Bank Einblicke in deine finanzielle Situation zu geben hast. Reichst du dann nur unvollständige Dokumente ein, kann das zu einer Kreditablehnung führen. 9. Nicht auf die schufa-neutrale Anfrage achten Bis auf wenige Ausnahmen sind die Zinsen bei Krediten bonitätsabhängig. Das bedeutet, dass je besser deine Kreditwürdigkeit ist, desto günstiger wird der Zins und umgekehrt. Bei schwächerer Bonität ist der Kreditzins höher. Wie bei Fehler Nummer 4 bereits gesagt, kannst du deinen persönlichen Zins erst nach der Prüfung deiner Daten erhalten und nur vergleichen, wenn du Anfragen an verschiedene Banken stellst. All diese Banken stellen dann eine Anfrage an die Schufa. Dabei verändert sich dein Schufa-Score grundsätzlich nicht. Sendet die Bank allerdings das Merkmal Kreditanfrage und nicht Konditionenanfrage, dann kann sich das negativ auf deine Bonität auswirken. Wenn du also bei deiner Hausbank bist, um deine Kreditkonditionen zu erfragen, weise ruhig darauf hin. 10. Nicht flexibel bleiben Man neigt dazu, nur den Kredit mit den günstigsten Zinsen zu wählen. Es gibt aber auch andere Faktoren, die eine wichtige Rolle spielen können. Um flexibel zu bleiben, kann es auch Sinn machen, auf Angebote zu achten, bei denen kostenlose Sondertilgungen möglich sind. Damit kannst du unregelmäßige Geldeingänge, wie beispielsweise dein Urlaubs- oder Weihnachtsgeld oder Steuerrückzahlungen dazu nutzen, um deine Restschuld und damit die Kreditrate zu senken oder die Laufzeit zu kürzen. Oder du nimmst mit dem Verkauf deines Autos eine Kompletttilgung vor. Auch wenn Vorfälligkeitsentschädigungen, je nach Rechtssumme, nicht unbedingt hoch sind, lassen sie sich so vermeiden. Auch Ratenpausen können praktisch sein, wenn du zum Beispiel einmal einen finanziellen Engpass hast. Fallen dir noch weitere Fehler im Zusammenhang mit Krediten ein? Schreib uns in den Kommentaren. Wenn du neu hier bist, dann abonniere doch den Kanal und aktiviere die Glocke. Dann verpasst du kein neues Video mehr von uns. Abonnieren ist kostenlos. Außerdem würden wir uns auch sehr über einen Like von dir freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.